So, hallo und herzlich willkommen Freunde, wir schauen uns jetzt die nächsten auf unserer Liste an und zwar den Hexen-Doktor. Wir sprechen über die Starter-Bilds, wie ihr es hier auch schon gewohnt seid. Also wir haben einerseits natürlich die Paragon-Punkte draußen, dann geht raus an Kelso. Ja, Starter-Bilds ohne Paragon-Punkte. Und wir haben hier das Gewand des Jade-Ernt, das bedeutet also alle für Season 17, welche den Hexer spielen möchten. Da gibt es ja doch den einen oder anderen, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar testen wir das wie auch bei den anderen Starter-Bilds. Wir gucken mal, ist der Zweier-Set-Boni, ist der schon stark genug jetzt hier ohne weiterem Gier, praktisch Waffe offen, haben wir noch drin. Also wir sprechen jetzt hier so von 300.000 Schaden, 300.000, 400.000 Schaden und den Zweier-Bonus. Von den Qual-Stufen her sind wir hier oben, seht ihr das Qual 5. Weil, wenn ihr Qual 5 praktisch durchgespielt habt, dann habt ihr auch gleich für die Season-Reise könnt ihr das 20er-Portal spielen und euch dann das volle Set holen und dann mit dem Set weiterfarmen. Season 17 ist jetzt ein bisschen spezieller, weil wir haben eine Long-Season. Das bedeutet also für jedes ULT-Item würden wir mehr Schaden kriegen. Das bedeutet, jeder Starter-Bild muss sich damit messen, ob es sich lohnen würde, diesen zu spielen oder ob es effektiver ist, einfach hier direkt auf die ULT-Item zu gehen und keinen weiteren Set-Bonus anzuziehen. Also schauen wir mal, das gucken wir uns mal an. Also hier, den Power-Schrein, den lassen wir gleich mal aus. Der Zweier-Bonus was macht, Heimsuchung, den Gegner trifft, der bereits heimgesucht wird, gibt sofort Schaden. Also das bedeutet, hier auf Heimsuchung läuft das Ganze raus. Also schießen wir mal rüber, einmal getroffen, nochmal getroffen, habe ich da gerade 14 Milliarden gesehen. Ja, ich glaube, ich glaube, das wird ausreichen, um hier Qual 5 oder vielleicht sogar höher gehen zu können, weil im Endeffekt bei 2 Treffern hat sich die Sache hier dann schon erledigt. Und das zieht die ganzen Gegner dementsprechend auf. Ist schon mal ganz nett. Ist schon mal ganz gut. Also wenn die Skillung schon hier mit 2 alleine durch den Zweier-Bonus funktioniert, sieht das schon mal ganz, ganz gut aus. Mana-Technisch kann es noch ein bisschen knapp werden. Mal gucken, ob wir hier die richtigen Runen haben für den Dot-Build, weil im Endeffekt ist das ja nichts anderes. Wir spielen ja mehr oder weniger den Dot-Build. Fügtigen Gegner geerntet, erhaltet Leben, Seelenfresser, Seele übrig, rachsüchtiger Geist. Müssen wir nicht schon das Richtige haben, oder? Übungsgeschwindigkeit, Waffenschaden, Fügtigen Gegner. Okay, 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 okay. Ja, okay, äh, okay. Gucken wir mal hier. Schleichner Tod, Vertrauen, fügt den Gegner in Unkreis für zusätzlich Schaden. Das Snap-Talent und hier ein bisschen für mehr Cooldown. Ich glaube mal, das werden wir ein bisschen unangetastet lassen, weil ihr müsst später sowieso den Dot-Build spielen. Und dementsprechend könnt ihr euch gleich darauf einschießen. So, dann machen wir hier ein bisschen Tempo. Und dann gucken wir mal. Also wir haben hier natürlich noch die Option, die ganzen Sachen auch hier ein bisschen zu C10. Dann schießen wir hier ein bisschen rum. In der Regel sollten die Dings ausreichen. Also rein der Dot-Schaden, wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur Qual 5. Wir geben ja Season-Start. Kein Paragon. Kein Paragon. Dann zwei Items. Der Rest ist ausgezogen. Also wir reden hier von 400.000 Schaden. Ich denke mal, das sollte man am Anfang in diese Richtung, sollte man ganz gut hinkriegen mit den jeweiligen Talenten, wenn ihr dann frisch 70 seid. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, jetzt hier rein von dem Damage-Boost, welcher daraus resultiert, wird es wahrscheinlich effektiver sein. Besonders zu Beginn auf jeden Fall mit dem Zweier-Pony zu spielen. Durch den Zweier-Pony, der zieht euch dann mehr oder weniger eh durch die ersten Qualstufen. Und dann könnt ihr direkt die Season-Reise abschließen. Also sobald ihr 70 seid, macht ihr die Season-Reise Etappe 1 und 2. Aus Etappe 2 kriegt ihr dann zwei Teile. Dann macht ihr Etappe 3, gibt nochmal zwei Teile. Dann sehen wir eh schon wahrscheinlich, haben wir hier noch Seelen-Ernte-Hand-Infekt-Jeder-Huhne. Kommt ein bisschen mehr Zähigkeit mit rein. Und dann geht es direkt weiter. Und dann habt ihr hier das fertige Set. Und mit dem fertigen Set, also wer Hexer jetzt so in den letzten Seasons und so gespielt hat, also so ein Jade-Set, auch nach dem Buff damals noch aus den 16er Season, kommt es sicherlich mal in die 100er Rifts und so weiter. Also es lohnt sich bei der Jade-Skillung selbst, lohnt sich ein Umbau auf diverse uralte Items nicht. Erst im späteren Verlauf wird es sich dann auszahlen auf die Lon-Skillung. Da spielt ihr aber dann eine andere Skillung. Weil es ja auch Long-Season ist. Und dementsprechend dazu wechseln, sei es jetzt mit Sichtum oder eben mit dem... Oh, gewonnen hat das. Nice. Sei es mit Sichtum oder eben mit den Giftdolchen. Also ihr habt es jetzt hier gesehen, jetzt wurde ja der Giftdolch auch geändert. Die Maske dazu, Zinfetische schießen alles mit. Also das hat halt in der Testphase super gut performt im Verhältnis zu den anderen Sachen. Und dementsprechend bietet sich das auf jeden Fall an, hier einfach mitzuspielen. Also spielerisch, zähigkeitstechnisch könnte es vielleicht ein bisschen knapp werden. Besonders am Anfang, ja. Da müsste man gucken. Dürft ihr euch vielleicht nicht zu weit reinwagen. Aber wenn ich mir das so anschaue, also der Schaden ist leicht hoch genug, um das hier dementsprechend dann durchzuspielen. Also es sollte, denke ich mal, soweit kein Problem werden mit dem Start der Skillung. Also ein Nachteil ist halt im Verhältnis zu Monk, Demon Hunt oder so. Die Skillung ist halt ein bisschen langsamer. Das ist halt einfach hexabedingt, weil wenn man zuerst die ganzen Seuchen, Krankheiten und so weiter, Spreaden muss, bis das Ganze dann hier vom Damage wirkt, dauert das halt eine gewisse Zeit. Also das muss man ganz klar sagen. Wir nutzen hier, ich habe jetzt hier noch mit Ingion gespielt. Könntet ihr mit rein cuben, also später mal. Dann geht es dann auf jeden Fall mit dem Schmelzofen weiter, damit der Elite-Damage hoch genug ist. Wir haben die Maske drin, ganz wichtig. Und wir haben Rinderlehre. Könnt ihr anlegen oder eben Equipped haben. Je nachdem, wie es euch passt oder wie es sich so anbietet. Also wenn ihr dann das, oh, das war falsch. Wenn ihr dann das volle Set am Start habt, hier am besten noch gespielt mit Schwur des Abenteurers, kombiniert noch mit einer Utsunimanus, das Bock wird uns nichts bringen. Also den Schwur kombiniert natürlich noch mit dem Ring, mit der Windrose, ergibt dann nochmal 100% mehr Schaden. Zusammenkunft der Elemente oder Einheit, je nachdem, ob ihr Zähigkeit oder sonstiges braucht. Dann könnt ihr die Skillung hier ganz wunderbar abrunden. Also es sieht schon mal soweit ganz gut aus von den Skills her. Altbekannt, Heuschreckenplage, Bestinenz. Dann haben wir die Piranhas mit Piranado, damit wir die Gegner ein bisschen positionieren können. Weil beim Dot-Bild funktioniert auch der Flächenschaden sehr gut. Und wenn die Gegner dementsprechend zusammenziehen oder zusammengezogen werden, profitieren wir auch direkt vom Flächenschaden. Geistwandel mit Entrückung, hier könnte man vielleicht ein bisschen nachhelfen, zum Beispiel auf Ehrengast. Ich glaube, das könnte besonders am Anfang ganz gut sein, das war auch das Talent, was ich vorhin gesucht habe. 20% eures maximalen Manas, also jedes Mal, wenn wir das anmachen, ist unser Mana wieder voll. Das sollte man vielleicht am Anfang mitnehmen, damit es keine Ressourcenprobleme gibt. Dann hier Heimsuchung mit hasserfüllter Geister, die Seelenernte, da ist dann eh alles aktiv. Und hier Entsetzen, grauenerregender Anblick, ist ein bisschen so der CC-Effekt, damit uns die Gegner nicht gleich verprügeln, kann man das dementsprechend noch ein bisschen abwehren. Ritual des Vertrauens, Schleichnerdod, Gefäß für den Geist und das eine Leid rundet dann das Ganze hier in der Skillung nochmal etwas ab. Also im Endeffekt ein Dot-Build zum Starten ist gut, nicht die schnellste Skillung, muss man ganz klar sagen, aber erfüllt die Aufgaben. Erfüllt die Aufgaben, ermöglicht eine einfache Season-Reise, ermöglicht es auch in den Greater Rift sehr gut voranzuspielen. Also wenn ihr euch denkt, ja okay, vielleicht möchte ich gar nicht so, das Long-Season-Thema interessiert mich eh nicht, so habt ihr hier schon mal eine ganz gute Wahl. Also damit werdet ihr dementsprechend nicht gleich von Anfang an konfrontiert. Ich blende euch aber trotzdem hier links nochmal den Best-Build ein. Das ist dann halt nun mal die Long-Skillung, die zahlt sich dann halt erst bei 100 plus oder so aus, aber für alle, die es mal anschauen möchten, warum nicht? Könnt ihr gerne im Blick riskieren. Ja Freunde, das war es jetzt. Starter, wie immer, Guide ist unterhalb verlinkt für die Skills nochmal, für die Biss-Listen und sonstiges. Da solltet ihr euch dann auch ganz einfach zurechtfinden. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, ab da mit in die Kommentare. Und ich wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.